Luca Sauer, 1. Jahr im GTM. Der Hauptsponsor, wir haben das so entschieden. Wir wollen rausstechen. Es gibt so viele schwarze und silberne Autos, das interessiert eh keinen mehr. Und ich glaube, mit einem rosa Auto hast du wenigstens wieder ein bisschen Aufmerksamkeit. Und mir persönlich gefällt es. Ist natürlich super, so ein erfahrener Mann. So einen erfahrenen Mann neben dir zu haben, der schon einmal Meister war. Von dem kann es noch viel lernen. Luca. Ja, klar. Ich möchte so schnell wie möglich um die Meisterschaft kämpfen. Natürlich ist es nicht möglich im ersten Jahr. Aber ich möchte das Ganze so schnell wie möglich erreichen. Ich glaube, Österreicher sind relativ locker. Können sich aber einen richtigen Moment sehr gut konzentrieren. Aber wissen auch, wann Spaß angesagt ist. Na, ich hab nichts gegen die Deutschen. Ich bin in einer deutschen Serie. Also, das ist mir nahe leben, dass ich nichts gegen Deutsche habe. Na, als Österreicher kann Skifahren nicht verboten sein. Ich mache das schon seit ich klein bin. Und, ja, ich bin ein guter Skifahrer. Irgendwo im Süden, wo es warm ist, Strand, Meer, alles was wir in Österreich nicht haben. Das war ganz normal ein Vorfehler, ich habe wahrscheinlich zwei Räder aufs Gras gemacht und bin gerade ausgerannt. Immer gute Erinnerungen, super Strecke, war die meiste Zeit am Podium und ich freue mich, wenn wir wieder dort sind. Bis zum nächsten Mal.